Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns nochmal ganz kurz hier mit dem RSA KeyBlob beschäftigen. Und zwar, was wir hier gelernt haben, ist mit diesem RSA Schlüssel, das ist höchstwahrscheinlich ein Private Key, wird jetzt hier tatsächlich irgendwas entschlüsselt, was in der t.w. in der y-Datei drin steht. Und das ist natürlich super geil, denn wir wollen genau das, ja. Wir wollen dieses Ding als RSA Schlüssel also benutzen. Also machen wir einfach mal folgendes und machen hier Rechtsklick und, ja, wir kopieren Special und sagen hier Byte String ohne Spaces. Das heißt, ich kopiere mich hier einfach wirklich alles in Byte Form. Naja, hexadezimale Bytes halt, aber immerhin Bytes, ja. Das heißt, ihr solltet hier 0702 bla 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 haben, das ist einfach hexadezimal. Und wir gehen jetzt hier mal wieder rein und, ja, ich habe das Ding schon mal angelegt. Wir haben hier ein RSA Key und wir sehen, das fängt genauso an. 0702 einfach alles reinkopiert und dann einfach gespeichert. Jetzt ist das aktuell natürlich noch nicht binär, sondern es ist einfach nur eine ganz normale, nun ja, Datei eben. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir machen uns ein neues Python Skript. Das nenne ich einfach mal Convert to Binary. Oh ja, ich sollte vielleicht .py noch hinten dran schreiben. Das wäre ganz wichtig. .py. Und das Ding ist jetzt nicht so komplex. Das schreiben wir ganz kurz hier drin. Und wir wollen uns jetzt aus diesem RSA Key wieder mal ein, nun ja, ein richtiges Binary-Dings machen, okay. Und deswegen machen wir jetzt hier mal with open RSA Bodenstrich Key. Das ist jetzt quasi einfach nur für uns. .sf wollen wir, was wollen wir denn machen? Wir wollen die, wir wollen hier quasi alles extrahieren. Das heißt, wir sagen erst mal Lines ist gleich f.readlines. Und schauen uns mal ganz kurz an, wie das Ding aussieht. So, printlines. Okay. Und ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Terminal und sagen hier Python Convert. Okay. So, das heißt, wir haben hier hinten dran offensichtlich noch ein Backslash N. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen öffnen wir nochmal ganz kurz unseren Key und entfernen diesen Backslash. Und ja, jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal direkt. So. Ist immer noch da. Das heißt, wir müssen ihn in Python wegmachen. Das heißt, wir schreiben uns hier erstmal ein von 0, weil wir ja nur die erste Zeile haben wollen. Und dann schreiben wir uns von Anfang bis Ende minus 1 sozusagen. Und schauen uns mal an, was da passiert. So, wunderbar. Jetzt haben wir alles fertig. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz den Output davor an, damit wir auch sehen, was genau weggefallen ist. Also achtet darauf, wir sind hier bei C7 und dann kommt noch eine neue Zeile. Und wenn wir jetzt hier eben dieses minus 1 noch dranhauen, dann ist diese neue Zeile einfach weg. Und genau das wollen wir haben. So, jetzt ist das natürlich hier alles hexadezimal. Das heißt, was wir jetzt machen müssen ist, das ist unser String im Endeffekt. Ups. Und was wir jetzt hier machen müssen ist, wir wollen daraus hexadezimal oder quasi Bytes rauslesen. Das heißt, Bytes, wobei, ich nenne es jetzt einfach mal bArray für ByteArray. Okay, kriegen wir aus Bytes Punkt from Hex und da, äh Quatsch, ja nicht x, sondern s. Ähm, from Hex, genau. Und da bekommen wir das. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal unser ByteArray aus. Print b.array. Achso, vielleicht speichern noch. Und so, wir sehen, jetzt haben wir das Ganze einfach direkt in Bytes konvertiert. Manches davon kann als Buchstabe interpretiert werden, manches eben nicht. So, und was wir jetzt hiermit machen ist, wir schreiben einfach das Ding in eine Datei wieder rein. Das heißt, ähm, wir schreiben with open rsaKeyBinary as out f.writeLine oder einfach nur write bArray. Okay, und selbstverständlich müssen wir das Ganze hier schreiben mit einem w als, ähm, als Öffnungsmodus, ja, damit wir überhaupt schreiben dürfen. Und da wir hier natürlich nicht in normalem, naja, Stil schreiben, wir schreiben ja kein String, müssen wir natürlich noch ein Binary hinschreiben. Und selbstverständlich müssen wir hier out hinschreiben statt f. Okay, das heißt, wir schreiben in out in Binary quasi, okay. Und, äh, ja, dann lasst uns das mal ausführen. Führt dazu, dass ich jetzt eine binäre Datei hier habe, die ich eigentlich nicht angucken kann. Ähm, wir machen jetzt hier einfach mal cut rsaKeyBodenstrichBinary. Und dann sehen wir hier, bam, äh, ja, das Ding ist halt binär, ne? Und hier oben sehen wir rsaC plus m plus mhm. Das ist schon ziemlich nicht schlecht, zumindest mal. Ähm, und ja, damit können wir vielleicht was anfangen. So, jetzt geht's natürlich noch weiter. So, als nächstes ist also der AES-Schlüssel dran, ja, der, der verschlüsselte AES-Schlüssel, dummerweise. Ähm, und deswegen gehen wir hier mal in diese t.wnry rein, die wir hier lesen wollen. Ähm, wir öffnen hier eine Python-Shell einfach mal, ähm, das ist vielleicht das Einfachste jetzt gerade. Und was wir jetzt hier machen ist, ähm, wir importieren da eigentlich gar nichts. Äh, wir öffnen, f ist gleich open, ähm, t.wnry, und zwar wir lesen das Ding binär, ja. Okay, so. Und was wir jetzt hier machen ist, wir sagen f.read und wollen 8 Bytes lesen. So, und wir sehen hier, die ersten 8 Bytes von t.wnry sind tatsächlich WannaCry-Ausrufezeichen. Das ist genau das, was wir haben wollten. Das ist perfekt, okay. Jetzt machen wir natürlich folgendes. Wir wissen jetzt, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Das heißt, ups, sorry, falsches Fenster. Das heißt, die beiden Drachen sind einfach sehr ähnlich. Ähm, das heißt, wir wissen hier, okay, die ersten 8 Bytes sind WannaCry. Sorry, die nächsten 256 Bytes sind höchstwahrscheinlich unser AES-Schlüssel. Das heißt, den können wir jetzt hier einfach mal extrahieren. Das heißt, wir sagen hier f.read. Achtung, wenn wir jetzt hier 8 machen, dann sehen wir schon die nächsten 8 Bytes, okay. Das heißt, wir fangen nicht wieder von vorne an. Das heißt, was ich jetzt hier mache ist, ich gehe hier raus. Und, ähm, ja, ich brauche jetzt tatsächlich hier noch ein Skript. Ich will das nicht unbedingt alles in der Shell machen. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir hier tatsächlich die ersten 8 Bytes so bekommen, okay. Und das heißt, wir gehen hier nochmal in dieses Verzeichnis rein und schreiben uns ein Skript extract is key.py. Ähm, pfff, okay. Das war so nicht geplant. Ähm, dieser Minus ist einfach nur ein Resultat meiner zu fetten Finger offensichtlich. So, ähm, wir öffnen also, ähm, wir sagen hier f ist gleich open. Und ja, ihr seht, Python ist tatsächlich super für solche kleinen Skripte. Ähm, aber, ähm, ja, manche mögen es nicht für größere Anwendungen, ne. Ich, ich kenne das. Okay, t.wnry und wir lesen das Ganze selbstverständlich binär. So, dann sagen wir hier, ähm, wir machen einfach, wir überprüfen, ob das Ding auch wirklich, ähm, also, ähm, ob, ja, wir asserten das jetzt einfach mal. Das, ähm, binär wanna cry Ausrufezeichen gleich gleich f.read 8 ist. Okay, also wir wollen quasi, dass die ersten 8 Dinger, ähm, wanna cry dastehen haben. So, wir können das Skript ja mehrfach ausführen. Das heißt, wir starten hier erstmal ganz kurz simpel, ja. Ähm, sagen extract, ups, extract is key success. Okay, das heißt, wir sind schon mal nicht abgeschmiert. Wir können offensichtlich diese Datei lesen. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir sagen, ähm, x ist gleich, ähm, f.read. So, wir haben 256, ups, 256 Bytes, ähm, die wir hier als nächstes lesen wollen. Und die wollen wir ganz einfach schreiben. Das heißt, wir sagen, out ist gleich mal wieder open, ähm, is key encrypted.is. Wobei, ne, .bin wahrscheinlich eher. Und wir schreiben das Ding natürlich wieder mal binär. Das heißt, wb und sagen hier out.write und dann wollen wir hier einfach x reinschreiben. Okay, super, ähm, ja, jetzt machen wir das einfach mal nochmal. Und wir sehen hier success und wir haben hier einen binären AIS-Schlüssel. So, lasst uns den mal kurz cutten. Das heißt, wir sagen hier is key encrypted. Und wir sehen hier, yo, ähm, das Ding ist tatsächlich binär. Damit können wir nicht wirklich was anfangen. Aber, ähm, wir haben ja hier einen, ähm, RSA-Schlüssel, der RSA-Key Binary. Und der ist jetzt eventuell dazu in der Lage, wenn wir Glück haben, ist der eventuell dazu in der Lage, das Ding für uns zu entschlüsseln. Und das heißt, das, was wir als nächstes probieren müssen, ist, wir müssen hier diesen RSA-Key laden und damit AIS decrypten. Zumindest sollten wir das probieren wollen. Ähm, und ja, dazu gehen wir hier nochmal in die Shell rein und sagen, okay, erstmal ein Enter hat, damit wir es vernünftig wieder lesen können. Und wir versuchen das Ganze jetzt zu importieren. Wir gucken uns das erstmal in der Shell an und sagen hier, yo, ähm, wie sieht das aus? Okay, wir sagen also from crypto.public, ähm, from public key import RSA. Und dann versuchen wir das ganze Ding zu importieren. Das heißt, äh, K für Key, ne, ist gleich RSA.importKey. Und dieses Public Key steht übrigens für Public Key Kryptographie. Das heißt, da zählen nicht nur öffentliche Schlüssel rein, sondern da zählt halt alles rein, was öffentliche und private Schlüssel benutzt. Also eben nicht AIS, sondern RSA zum Beispiel. Okay, ähm, dann kommt hier der Dateiname rein, RSA Key Binary und dann natürlich im Read Binary Modus. So, und wir sehen, bam, äh, cannot be interpreted as an integer. Das heißt, da stimmt noch irgendwas nicht. Da müssen wir jetzt nochmal offensichtlich ran. Ah, und auch hier müssen wir nochmal ganz kurz was überprüfen. Ich hatte nämlich eine Kleinigkeit vergessen und zwar werden hier nochmal vier Bytes als Größe extrahiert, ja. Äh, diese vier Bytes habe ich hier aus Versehen vergessen in meinem Skript. Das heißt, ich muss hier natürlich davor nochmal ganz kurz f.read und dann vier Bytes machen, damit ich nochmal vier Bytes quasi überspringe. Und danach habe ich meine 256 Bytes, die hier als Schlüssel extrahiert werden können. Ähm, das muss ich nochmal ganz kurz ausführen hier. So, wir machen hier mal kurz ein Exit und sagen, ja, okay, Extract AIS Key. Jetzt haben wir den richtigen Schlüssel und, ähm, ja, jetzt müssen wir uns nochmal um den RSA Schlüssel kümmern. Der RSA Schlüssel sieht derweil noch so aus hier. Ähm, und wir gehen nochmal ganz kurz hier in unser, äh, in unser Python rein. Python und dann öffnen wir mal ganz kurz diese Datei hier, die eigentlich nicht binär ist, ja. Das heißt, wir sagen hier Open RSA Bodenstrich Key und zwar ganz normal im Read-Modus. Das hätte ich eigentlich mir sparen können und das machen wir als File. So, und jetzt sagen wir mal f.readlines in ein L rein und dann sagen wir einfach mal L, okay. Und jetzt will ich ganz gerne wissen, wie lang ist denn dieses L, len von L, ähm, ja, gut, okay. Len von L von 1, ähm, len von L von 1, weil ich möchte den String haben. Äh, ja, von 0, weil ich den String haben möchte. So, 2345, das ist offensichtlich zu lang. Und zwar sehen wir hier, das Ganze fängt an mit RSA 2. Ähm, davor steht diese Konstante 0, 7, 0, 2, 0, 0, 0, die ist immer gleich. Die heißt immer 0, 7, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, A4, ähm, dann 0, 0, 0, 0, 0, 0 und dann steht da RSA 2. Das ist immer konstant und dann kommt 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, äh, 0, 0, 0, 0, 0 und dann geht es eigentlich erst richtig los. Und wir sehen, dass dieses Format hier tatsächlich der Private Key ist. Das heißt, das Ding hier, das ist der Modulus, der geht einige Byte lang, dann kommt Primzahl 1, Primzahl 2, Exponent 1, Exponent 2, Koeffizient und dann privater Exponent, ja. Und deswegen können wir hier quasi sagen, okay, wir schneiden jetzt einfach diesen Key so zusammen, wie uns das passt. So, ein kurzes Googeln ergibt uns folgendes Szenario. Und zwar, wir haben hier das RSA 2 Format. Das fängt immer so an, wie ich es gerade gesagt habe. Dann haben wir eine gewisse Anzahl an Bytes, die den Modulus definieren. Das wäre in dem Fall hier 6b. Bei uns ist das was anderes. Dann haben wir dieselbe, oder halt eine feste Anzahl an Bytes, die uns die erste Primzahl definieren und so weiter und so fort. Und was wir jetzt machen müssten, wäre quasi hier RSA damit zu betreiben. Das heißt quasi hier RSA zu implementieren oder aber irgendeine Library zu finden, die damit umgehen kann. Unsere Library in Python kann es offensichtlich nicht. Das habe ich gerade eine Weile probiert. Das funktioniert halt leider einfach nicht nach diesem Format. Es gibt halt einfach verschiedene Schreibweisen für RSA-Schlüssel. Hier wurde eine relativ exotische gewählt. Ja, das heißt, wir machen jetzt folgendes. Da das Projekt auch schon wirklich eine lange Zeit nun geht, und ich denke, wir haben eigentlich so ziemlich das Wichtigste hier gelernt. Immerhin soll das noch eine Tutorial-Reihe sein, okay? Wir wollen hier nicht irgendwie WannaCry reverse-engineeren, um WannaCry reverse-engineert zu haben. Sondern das hat natürlich vor mir auch schon jemand getan. Das wurde gemacht, sobald WannaCry rausgekommen ist und eine Binary gefunden wurde. Das hier sollte immer noch der Wissensvermittlung dienen, okay? Und wir haben hier schon sehr, sehr viel rausgefunden. Das heißt, was wir jetzt hier rausnehmen können, ist folgendes. Wenn wir weitermachen wollen würden, müssten wir jetzt RSA implementieren und so weiter und so fort. Das hat an sich mit dem Reverse-Engineeren nicht mehr wirklich viel zu tun. Das überlasse ich einfach mal euch als Übung. Ihr könnt hier durchaus noch weitermachen und dann schauen, was bei dem verschlüsselten Ding rauskommt. Nochmal ganz kurz zur Info, unser IIS-Schlüssel hier, also für die, die jetzt weitermachen wollen. Unser IIS-Schlüssel, iskeyencrypted.bin. Der hat zunächst einmal 8 Byte, da steht WannaCry Ausrufezeichen drin. Dann hat er 4 Bytes, die die Größe definieren. Dann hat er 256 Byte, die den Schlüssel definieren. Und danach steht noch irgendwas drin, was auch wieder irgendwas ist, ja? Dieses Ding, naja, ähm, beziehungsweise, sorry, es ist in T.WannaCry drin, das hier. Das sind 65,8 Kilo Byte. Der Schlüssel hier sind insgesamt, naja, ähm, 256 plus 12 Byte, okay? Das heißt, die meiste Größe danach, die ist eigentlich noch völlig unbekannt, was das ist. Und das ist höchstwahrscheinlich eine ausführbare Datei, zumindest scheint es mir so. Denn, ähm, ja, danach hört ja unser Code in Gitra eigentlich auf. Wir sind ja nach dem IIS-Decrypten sind wir hier eigentlich fertig. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist in diesem Ding nicht nur der Schlüssel vorne dran, sondern danach auch noch irgendeine ausführbare Datei, die hier ausgeführt wird danach. Und, ähm, die verschlüsselt dann im Endeffekt euer System. Und, ja, die überlasse ich euch zu analysieren. Ihr könnt da ganz gerne mal reingucken, ihr könnt da einfach ein bisschen ausprobieren. Passt bitte auf, dass ihr das Ding nicht ausführt aus Versehen, das ist super gefährlich. Ähm, und ja, im Endeffekt haben wir jetzt hier alles gemacht, was ich euch beibringen kann zunächst einmal. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Und ihr seht, es gibt sehr, sehr viel, was man da noch lernen kann. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt hier an einem guten Punkt, wo ich sagen kann, den Rest überlasse ich euch als Übung. Ähm, viel Spaß dabei. Und, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht irgendwas anderes uns analysieren oder angucken. Und falls ihr da irgendwelche Vorschläge habt, dann könnt ihr mir ganz gerne schreiben. Ja, das war's von meiner Seite. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.